Was ist das? Alter, komm! Alter, ich trau mich nicht so wenig! Ja! Wow, Headshot sogar! Hallo Leute! Herzlich willkommen bei Rush Team mit... Okay... ... Geh dir schon mal gut los für mich! Leck mich am Arsch! Du bist am Arsch! Ja, bei der Sound sind gerade zu lausend... ... äh, zu lausend... ... so gut laut... ... Optionen, Effekte, Volumen... ... weil ich so leise bin, ich kann leider nicht mehr höher stellen... ... das Problem... Na Gott! Weißt du, was geil ist? ... ich kenne... ... wow, 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 wow! Alter! Für mich geht's gut weiter! Alter, Bro, Walter! ... ja, ich hab' den Arm erwischt... ... voll geil, ne? Ja, ja, ich hab' den voll geil... ... stimmt doch... ... wenn ich wissen, wo du bist... ... ich auch nicht... ... bist du... ... gehst du einmal so runter... ... oder wie? ... nein... ... ich steh' hier auf einer Stelle, weißt du... ... ich such' sich ja grad schon... ... also laufst du... ... im Kreuz... ... nein, ich... ... lauf' an... ... ganz sehr einfach an einer Stelle rum... ... lauf' hier hin und her... ... übrigens wir spielen jetzt 15 Minuten... ... nicht mehr 30 zum letztes Mal... ... der bei mir auf Achtung scheiße... ... jawoll! Jawoll! Kann ich dich einfach mal weg mit Band? Ja... ... die erste Folge könnt ihr auf dem Kanal... ... von mir noch sehen? Ja, wir nehmen beide Holz auch, ne? Echt? Oh, 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 oh... Nein, ach, ah, scheiße! Leck mich! Oh, jetzt muss ich nachladen! Ist das ätzend? Ja, es bohr noch schon von mir! Ja... ... ich war nicht hinter dir! Dann halt in der Nähe von mir! Naja... Hm... Wo bist du jetzt? Wow! Man, ich hab dich nicht besser! Ich hab dich getroffen, ne? Nö... ... jetzt hast du mich gewischt! Ah! Wie knapp war ich! Hm... Naja, Hälfte... Ich bin nicht so das Neue, weil ich noch alles mit der Sturm war... ...ja... ...dinger... Ach, nein! Das Schwein hat dich geheilt! Ja, nicht komplett! Ah! Ja, klar, jetzt heilst du dich wieder! Das ist doch geil, würde ich sagen! Ich... ich wusste es! So klar! Was soll ich machen, wenn das Spiel mich so geil spawnen lässt? Was soll ich machen, wenn das Spiel mich so geil spawnen lässt? Fuck, ich spiel's gut! Ich hab das einfach noch umgehauen! Ja, ich hab nur noch einen, äh, Strich, ne? Let's go! Nö, ich hab das einfach Lust! Ah, ja, nicht umsonst nachgeladen! Ach du, erstmal hier noch nach... nachladen! Großes Nachladen steht grad an! Ja! Ich hab noch gar nicht wissen, wo du bist! Ich... 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 ich weiß, wo du bist, aber... ...du anscheinend nicht, wo ich bin! Weiß ja, ich fliege so auf! Bist du? Obel... ja, ja, wollte ich dich grad fragen! Bist du weitergegangen? Oder bist du auch noch an der gleichen Stelle? Also, ich schieße die ganze Zeit! Was soll das für ne Scheiß sein? Das trau dir nicht! Ich zau dir auch nicht! Ach da! Heyo! Boah, ey! Ich muss schon wieder nachladen! Vorher hab ich auch nur... Ah! Jo, klar! Ich bin gerade weggegangen, die Zuschauer ganz auf... äh... Go, 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 go! Er sagt, ich will, der ist ein Nuss, du hast nicht während, du hast nicht während, du hast weggegangen, da bist! Ja, das ist das, wie mit meinem, ehm, Freund, hier passiert, ne? Das schießt immer durch die Wand, oder? Das ist schwer, aber... Das war knapp. Nein! Schickt dich! Nein! Ich muss lieber nachladen! Okay, ich sterbe dich, der ich sterbe noch drei Herzen. Er hat recht recht. Ja! Die vertreiben! Woa! Schieß doch, Alter! Was machst du da? Alter, komm! Alter, ich trau mich nicht so richtig! Ja! Wow, Headshot sogar! Ich glaub's dir nicht. Ich glaub's. Ich hab's gelesen. Naja, okay. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Nee, doch nicht. Scheiße! Ich hab's gesehen! Nein! Nein! Du bist Fener! Oh Gott! Alter, wo bist du? Ah, klar. War das nicht ein Headshot? Äh, glaub ich nicht. Warum? Sah so aus. Äh, echt? Nein! Wow! Alter! Alter! Ehrlich! Klar! Ein Schuss ist neu. Ja! Bestimmt! Ja! Bestimmt! Ja, bestimmt! Nein! Nein! Wettensburg ist irgendwie so fies. Ich hab nicht alles tolle bereit! Dann halt nie, die Stolzmann bereit! Ich seh, du bist du! Necknestand. Meine Zuschauer wissen, wo ich bin! es ist gruselig ja ja ich weiß warum ich bei den vorigen part bei dir gesagt habe es ist gruselig mit dir hallo wo bist du bitte schön ja ich kämpfe wieder und sonst wo verraten ich bin ich schon gesehen okay weiter reichst du richtig geil so ein bisschen so komm komm mal aus du hast hier ist singen Fug Brunner auf die Hälfte und weiß doch nicht so ich bin ich weiß wo ich bin nee wirklich Kanzler zurückgehen warum naja er aber allein ja ja warte kurz stimmt es jetzt ich habe mich nur kurz geheilt Prozent er zwischen sieben ich glaube es zumindest oder jedoch nicht so aus bei der Schatten und ist immer zu kämpfen und komm raus und du doch ich laufe hier auch ganz offen rum ernsthaft sagst du soll rauskommen wo raus denn ich habe dich gehört verzisch dich Alter ich schieße gerade an die automatisch ist eigentlich wie so Alter meine Maus spinnt gerade echt so da muss man schon mal technische Probleme in der Aufnahme sagt mir jetzt endlich mal wo du kämpfst Nein ich habe jetzt kein Wort ist das ist für den Zuschauer auch langweilig warum kann ich sagen dass ich dich dann kriegst ja du kriegst dich eh siehst du mich zufällig nein aber ich könnte in den Sponten könnte sein dass ich also dass du mich aus ja es reicht den Heimwegst aha wo und nix nein also das wird gar nichts abgezogen ja ich weiß uuuu ich weiß wo du bist ich weiß wo du bist ich höre dich ja dumm die dumm die dumm Alter hat mir den Headshot gegeben ne ja ja weil ich kann ich weiß wo du bist ich weiß wo du bist ich weiß wo du 100% wo du bist ist jetzt so klar also schon wieder schießt ja von alleine das war so klar ah ich hatte dich aber krass ne mhm ja so zocker Alter ich hab gesehen wo du respawn bist ui ah ja klar ja ich hab deine Leiche gesehen wie die weggeflogen ist Let's go Leichen können fliegen ja okay wir spawnen ja nochmal so nice ne wo bist du nochmal ja ich weiß wo jetzt geht's ab ah klar nö naja doch go go Alter ich bin schon wieder von alleine ich glaub mein Computer spinnt grad ein bisschen ja er stimmt wirklich die spinnt ja wir haben ihn nur 4 Minuten mhm wo hast du mich schon gesehen n n na klar ist es nah ja wir haben sie es nicht n ah let's go so ist es ich weiß wo ich jetzt bin jetzt soll ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht n wirst du mich jetzt töten gehen ja dann komm ja ich komm schon dann brauchst du mich schon zum kommen Mo hey wie dann, limpos, zum komm Donc, ich lauf jetzt einfach weg ha-haha gib zu! Das war gut! nö oh, doch ich hab mich einfach, ich hab mich einfach angestrengt damit du nicht hörst, wo ich hin komme Ja, ich... Du hast dir lang gebraucht, sagen wir es so, ne? Ja, das glaubst du warum, weil ich geschlichen habe. Ja, wow. Wow, ich hab dich gesehen. Ja, toll. Ah, perfekt gezielt. Einfach mal drauf rauen. Danke, dass ich gesehen habe, wo dein Missborn war. Bitte? Oh, Mann. Nice. Kein Schaden. Let's go. Ja, ja. Ich will versuchen... Ach komm, das letzte... Ein Kill mache ich jetzt hier mit. Komm. Womit? Wirst du gleich sehen. Oh, scheiße. Wo bist denn du? Okay, nee, jetzt kriegst du mich einmal. So eine Vorzeit fliegst du mich jetzt einmal. Oh, fuck! 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 Und type das stelle ich wieder auf Erlös. darkest. No, weism Quite mal aus. No, heimlich. Nein, das讲 man sie nicht bekam. weil man kann immer weglaufen nicht immer nö, wenn man gefangen ist oder boah, Juni, so ist das immer so scheiße weil es kann nein ja weil gerade zur Seite laufen ja geil aber du klingst einen Fallschaden, habe ich vergessen Fallschaden halt die Schnauze also Alter wie geht das denn? Kriegst mich trotzdem nicht geschlagen das nicht weil ich in solchen Spielen nicht habe das ist so gut Alter, echt nicht? ne weil ich spiele nicht so auf solche Spiele ja ich auch nicht Spiele ist ja viel anderes Kumana ein Kokosnuss Alter ja es gibt auch Leute, die das mögen aus dem Kokosnuss aber du magst es anscheinend nicht letzter Kill! in der letzten Sekunde noch mal gezogen! Alter! so dann würde ich sagen, dann war es das mit uns eine Aufnahme ich ähm sage Dankeschön fürs Angucken und ich lasse das letzte Wort, wie immer, mein Gast, Marc! Bis dann, oh Leute! oh mein Gott tschüss! 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 hahahaha das sollte noch rein, das sollte noch rein! tschüss! 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 tschüss!